Drei, eins, zwei, stirb, du Wichser. Eins, zwei, eins, zwei, eins. So, einmal muss ich ihn jetzt noch treffen. Ups. Ah, das wäre perfekt gewesen. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Man hat zwei Leben verballert. Nun, was will man tun? Mann! Warum denn nicht? Ach! Jo, wir machen mit Peach weiter, oder Prinzessin Toadstool. Ich habe doch keine Ahnung davon. Ach stimmt, hier waren wir schon. Ja, das war ein blödes Level, war das. Ein Trank. Machen wir mal da hin. Ach, verdammt. Ach, nein. Da war ja auch noch was. Ach, diese Fliegeviecher, ne? Ach, habe ich gar nicht gesehen, dass da Treibsand ist. Hm. Oh. Huiuiuiuiuiui. Okay. Äh. Rechts. Nein! Oh, Gott. Ein Pau-Block. So ganz steige ich da nicht durch. Hier. Sie immer rumlaufen müssen, ne? Schlimm ist das. Äh. Höhöhö. Dankeschön, ey. Das war jetzt aber auch mal nötig. So. Rein da. Ach, nee. Vor allem, wie schnell der sich auch bewegt, ne? Ne. 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 Sehr schön. Äh, Boss. Ähm. Ah, hier überhaupt n' Boss? Ich mein, hier wär ja was Gutes drinnen gewesen. Ich glaub, ich glaub ich hab mich da letztens... Ein Pau-Block. Ich mein, ich hätt mich da letztens drüber gefreut. Nun, das hat mich jetzt nicht sehr weitergebracht. War hier vielleicht ein One-Up oder so drin, das wär nämlich sehr geil. Noch ein Pau-Block. Hm. Dann halt nicht. Mach mal auf. Ach, jetzt kommt da meine Re... Ach, yo. Sehr gut. Das hab ich sehr gut gemacht. Da muss ich mich mal grad selbst für feiern. Oh, und ich krieg noch nicht immer ne Belohnung dafür, ne? Ich kann das nicht. Ach, komm, ey. Ja. Ah, wir haben so wenig Leben, ey. 3-1. Ach, das war das. Das ist okay. Meine ich mal. Wo wir dann nachher irgendwie nochmal nach unten müssen und das... Oh. Wasserlevel. Oder so ähnlich. Nett, 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 nett. Ich hab übrigens gesehen, dass ich, ähm, Inhalte von... Nintendo angeblich hier drin... Aber was heißt angeblich? Das ist ja so. Ähm. Ja. Wie heißt das? Inhalte von Drittanbietern oder sowas? Oder dritten? Ach, keine Ahnung. Ja, aber zum Glück sind die Videos nicht gesperrt, sondern einfach nur, dass Nintendo sagt, Jo, da legen wir mal Werbung drauf. Aber das ist mir ziemlich rumpe. Das können sie von mir aus ruhig machen. Uäh. Uäh. Okay. Da möchte ich gerne wieder hin. Weil da war ja so ein Zaubertrank. Und eine Münze. Sehr schön. Hm. Oh. Natürlich. Komm, leck mich doch einfach. Das war falsch. Mach mal den mal hier hinten hin. Münzen sammeln. Aber ich werd jetzt gleich eh getroffen. Fuck, alter. Hohohohohohoho. Schnell. Nice. Okay. Ich glaub, hier war sogar ein Checkpoint. Ach, genau, das war das jetzt hier. Das war sehr assi. So, einmal hätten wir. Fuck. Ich weiß auch nicht, was diese komischen Blöcke da hinter dem bedeuten. Ob wir die benutzen müssen oder... ich weiß es nicht. Eins. Uh. Yes. Puh. Oder ist das einfach für die, die nicht hochspringen können? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Oh Mann, ey. Warum kriege ich denn jetzt ein One-Up? Das verstehe ich nicht. Aber... ist mir egal. Ach egal, komm. So, weiter geht's. Wir leben. Und wir haben noch ganz viele Continues. Also noch alle. So. Wie ging das denn jetzt hier nochmal? Fuck you. Oh Mann. Von... Die Viecher müsste ich auf jeden Fall irgendwie kaputt machen. Weil die nerven echt heftigst. So. So. Ich muss mal einen von denen irgendwie klauen. So, dass ich hier den... einen Heini kaputt krieg. So. So. So, und hier war jetzt nochmal diese... Ich dachte, hier kämen jetzt diese Sch... Sch... Schießdinger. Die will ich nicht haben. Doch! Och Mann, ey. Fick... Ach so. Huiuiui. Ich möchte gerne einen Paublock haben. Wegen... Ihmchen. Die nerven nämlich. Mann! Arrgh! Dieses Level ist echt die greinste... Abfuck-Hölle, ey. Ganz ehrlich. So. Ein Trank. Och, es war so klar. Wichtigste... Mist. Ah! Hab ich's jetzt kaputt gemacht? Ist das Spiel jetzt defekt? Mann, kann der mal aufhören mit seiner Schießerei! Natürlich springe ich da rein! Och, die Viecher. So. Bäh! Mann, ich wollte mir dieses... Fick... Kack... Ich wollte mir doch nur das Herzchen holen. Es ist so schwer, das Spiel. Das kann doch nicht sein. Jetzt will der diesen fucking Paublock nicht aufheben. Vor allem der. So. Finally. So. Wie war das denn jetzt nochmal? Das war. So.